Okay, dann zuerst du, dann du, Schlüssel zu mir. Oh Gott, ist das grausam. Was bekam ich denn eigentlich hier in dem Dungeon? Bekam ich hier eventuell eine neue Rüstung? Hm, den Schild bekam ich, den neuen, den bekam ich oben am Berg. Das könnte zwar jetzt ein bisschen dauern, aber ich möchte hier nicht unbedingt Schaden bekommen. Bing, 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 bing. So, den Kompass hätten wir schon mal. Ich bräuchte hier ein paar Spikes an den Sohlen. Dann wird das alles besser gehen. Aber, aber, nicht, nicht Energie absaugen. Äh, wo ist mein Pulver? Komm her, du, ekliger Pinguin. Meine Fee. Ah, nein, ich möchte kein Häschen werden. So, hier müsste eigentlich die Tür wieder aufgehen. Ja. Ja, super. Und hier komme ich nicht weiter. Das ist ja, das ist ja mal wieder... Dann darf ich den Raum wahrscheinlich nochmal machen. Mhm. Da ich hier wieder zurückkomme. Dann kann es ja nur hier weitergehen. Okay, äh, was hätten wir hier? Eine Bombe. Ich verstehe. Zack. Und hier natürlich auch nur eine Bombe. Abwärts. Boah, du schon wieder. Ach ja, ich verstehe schon. Den musste ich ja so töten. Aua. So, hier lang. Oh, no. Aua. Geht das hier schon wieder los? Schlüssel. Aua. Die Frage ist, umlegen oder nicht? Sehen wir gleich. Nein, passt so wie es ist. Na komm. Ein bisschen schneller, wenn ich bitten darf. Ich möchte hier heute noch durch und nicht erst morgen. Na, kleinen grünen Püppelchen. Na, da geht die Tür wieder auf. Okay. Und das ist ja gut zu wissen. Da habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr dran gedacht, dass man die auch mit dem Enterhaken töten kann. Okay. Äh. Geh weg. So, wir haben keinen Schlüssel. Wir haben auch noch keine Karte. Und dann probieren wir es doch gleich mal hier links. Komm, 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 komm. Ein Stockwerk Tiefe. Äh. Feuerstab. Bomben. Irgendwas war hier. Ach ja, sehr schön. Wir haben ihn ja schon, ne? Wir haben den großen Schlüssel ja schon. Äh. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist jetzt richtig ärgerlich. So, Schlüssel hätten wir. Und irgendwo hier in der Mitte ist der Schalter. Reicht das rei- Ah. War mir fast klar. Hat er nicht hier oben? Ja. Jetzt aber schnell nach unten. Na, komm, na, komm. Oh, Link. Oh, das ist ja auf dem Eis. So anstrengend. Ach ja. 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 Nein, jetzt nicht mehr runterfallen zum Schluss. Karte? Ne, ein Schlüssel. Okay, das heißt, wir haben zwei. Bräuchte aber immer noch meine Karte und den großen Schlüssel. Bräuchte aber immer noch meine Karte und den großen Schlüssel. Hm. Bräuchte aber auch meine Karte. Vielleicht brauchen wir die ja doch noch irgendwann. So, muss ich da eventuell bis ganz nach oben? Gab's da oben irgendwas? Äh. So. Gar nicht lange aufhalten mit den Biestern hier. Wo komme ich denn jetzt hin? Das sieht schon mal alles nicht so falsch aus. Vorab möchte ich aber erst mal hier rein. Wie, da geht's nicht rein? Okay. Schlüssel. So, ich muss aber kurz. Hier nochmal nach unten, ne? Und wieder nach oben, damit der Totenkopf wieder da ist. Ähm, dass ich mich da quasi rüberhangeln kann. Und wieso geht's hier nicht rein? Ich, ich seh's ja nicht. Ich hab noch keine Karte. Nochmal eine Bombe setzen. Vielleicht, vielleicht, keine Ahnung. Habe ich die falsch platziert? So, so. Doppelt hält besser. Nein. Okay, wo geht's hier hin? Hammer. Ja, ja, so langsam, so langsam brauchen wir alle Items aus den Dungeons. Geh doch weg. Du schon wieder. Kiste. Oh, die Karte. Nicht schlecht. Äh, halt andere Seite. Die Treppe geht nach oben, glaube ich. Ah, bekommen wir da jetzt den Master-Schlüssel? Oh, geht doch. Oh, geht doch. Na komm. Aber ich hab doch da schon wieder ein bisschen was ausgelassen, oder? Ne, da. Ja, wir, wir gucken einfach. Der Dungeon hat ja so viele Stockwerke. Okay. So. Uh. So. Äh. Den einen Raum hatten wir ja noch, äh, wo wir den Schlüssel für bräuchten. Irgendwas, irgendwas war da noch. Ja, das werden wir jetzt mal auf die schnelle Tour lösen, ohne uns großartig mit den Monstern zu beschäftigen. Aua. Und dafür nehmen wir natürlich gleich wieder Schaden, ne? Drei Schlüssel noch. Hm. So, und weiter geht's. Oh, dann dürfen wir den Part hier auch nochmal machen. Am besten, äh, nehmen wir uns mal den Enter-Haken. Warten hier kurz. Der, aua, der bleibt wie er ist. Einmal die Tür öffnen. Hier ein bisschen schummeln. Und nach unten fallen. Das hast du gut gemacht, mein lieber Blaze. Ja, ja. Äh, die Türe muss auf. Dankeschön. Da. So, hier lang. Nyaung. Ach, Moment. Das müsste ja eigentlich die Tür von gerade sein, oder? Ja, genau. Ja, genau. Da komm ich wieder zurück. Okay. Alles noch gut. Alles noch gut. Äh, was war eigentlich hier oben? Nichts wahrscheinlich, ne? Doch, Moment. Oh, nö. Oh. Aber, aber. Da müsste ich doch eigentlich jetzt gleich wieder zurückkommen, ne? Hoffe ich jetzt zumindest. Jep, genau. Okay. Kleiner Umweg. Oh Gott. Kurz warten. So, jetzt aber. So, wo ist mein Feuerstab? Wo sind meine Bomben? Und dann holen wir uns mal hier das Item aus der Kiste. So, die blaue Rüstung. Damit machten dir gegnerische Angriffe weniger aus. Das ist doch schon mal gut. Jetzt, äh, ist es aber so, dass wir hier noch, äh, eine Lösung brauchen. Ah ja. Und dafür brauche ich einen Schlüssel. Äh, warum mache ich mir eigentlich die Arbeit und, und töte die Gegner? Es war ja klar, ne? Dass hier wieder so, und so ein schönes Skelett kommt. Oh, knapp. Ein Stockwerk tiefer. Musste ich mich da nicht auch in so einen Krug fallen lassen? Boah, jetzt wird's aber, ne? Ah, Moment. Moment. Das wird nicht klappen, ne? Nee. Nee. Das wird nicht klappen, ne? Das wird nicht klappen, ne? Das wird nicht klappen, ne? Das wird nicht klappen, ne?